hallo liebe follower hier ist die winstar die kommt jetzt aus von schal aus dem hafen die lag zwei tage hier ist ein vier master wir können mit der kamera nicht so nah ran zu menschen ist alles verwackelt und unscharf aber hier vom balkon aus wo wir uns heute befinden da hat man einen sehr schönen blick sämtliche filme film ist ja schon schiffe fahren an uns vorbei und wir können immer schön filmen ohne segel wie man sieht obwohl wind ist da aber die segel zu setzen da braucht man auch jede menge besatzung tschüss meine lieben